Musik Hey, Folge der Brücke! Spittel 9, Endstation. Herzlich willkommen zurück zu Libplay. Hat jemand eine Straße gesehen? Ich mache meine eigenen Straßen. Okay, dann achte lieber weiter auf die Straße. Hey Sam, wolltest du fahren? Eigentlich schon. Räufig. Anstrahlen, Großsache. Latsch. Ja, ich habe... Oh, ich habe mich doch im Arsch. Wir dürfen den Zug nicht verlieren. Ja, das ist super, wenn man den Controller nicht zulässt gerade. Glück, ist das nicht mein Auto. Da! Ich sehe den Zug! Wir nähern uns! Nicht langsamer werden! Scheiße, Motorräder! Drängen Sie von der Straße ab! Zündenverwirrt. So, ich wollte eigentlich mal weniger mal... Der ist erledigt. Hey, niemand verursacht! Der ist erledigt! Auf den Weg! Tschüss. Erledigt! Haha, das verkehrt die andere Spiele, diese Säcke! Da bin ich sowas... gewohnt! Weniger! Ach, diese Scheiß-Bäume, Alter! Werden hingestellt! Der Zug! Da ist der Zug! Ben! Ich habe den Stoß danach! Mach dir keine Sorge! Näher ran! Dann kann ich aufspringen! Das passt du! Jawohl! Hier! Ich ziehe dich rauf! Hör alle! Hör alle! Hör alle! Hör alle! Hör alle! Hör alle! Komm! Hör alle! Hör alle! Hör alle! Scheiße! Das war nicht beabsichtigt! Der Zug! Da ist der Zug! Sam! Gib auf den Stoß, Zahner! Mach dir keine Sorge! Hier! Ich ziehe dich rauf! Ich hab's! Ich hab's! Gott! Schlöpft euch, Ladies! Oh shit! Ach, viel Glück, Mann! Ob er es schafft? Das interessiert dich? Na! Er hat den Zahn! Hey! Weißt du, wo sie die riesige Kiste hinhaben? Beide noch! Gut! Dann ist das unser Ziel! So, das erinnert mich an das eine Kapitel! Kann man schaden? Eins oder zwei war das mit dem Zug? Scheiße! Nichts zum Klettern! Hm! Doch! Hier zum Vorbeigehen aber! Hier drüben! Sei vorsichtig! Ja! Nehmen wir die andere Seite! Okay! Das ist echt gefährlich! Das war nicht wahnsinnig! Das ist ein bisschen weit gegangen! Wow! Langsam! Ja! Okay! Gut! Es geht voran! Oh Gott! Ach, jetzt geht's raus! Hier raus! Oh shit! Wir haben Besuch! Was sagst, Leute? Wir haben immer noch das Überraschungsmoment! So! 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 Ich hab' mal die Waffe die von mir mitnehmen können! Ich bin hier! Wir sind hier! Wir sind hier drüben! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier drüben! Ich bin hier drüben! Was ist denn da noch los? 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 Was? Was ist denn da noch los? 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 Mann! Du kannst nicht gewinnen! Was ist denn da noch los? 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 Oder? Jetzt hast du ein Problem! Und tschüss! Was ist denn da noch los? 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 Ich bin da! Ich bin da! Wir sind ein bisschen orientierend gerade! Wir sind wieder blockiert! Shit, wir müssen schnell vorbei, dann schaue ich an! Halt den Kopf unten! Du brauchst da nicht! Ach Muschi, bleib da jetzt! Ja, ich würde gerne... Ach, was machst du denn da jedes Mal? Ja, dann halt nicht ans All halt! Ey, das ist doch zum Kotzen, du willst doch... Ich muss doch über den Kopf unten! Achtung! Sie haben ein Geschütz! Halt den Kopf unten! Wir sind wieder blockiert! Wir müssen gerade vorbei! Schaue ihr Achtung! Wir haben ein... Halt den Kopf unten! Jetzt geh mal rechter! Ja! Okay! Vorschläge, die wir auf die Kaster kommen! Auf der Nähe können wir uns dranhängen! Machst du Witze? Hänst du doch! Dann mal los! Verdeen! Oh mein Gott! Ah! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Hänke ihn ab! Auf ihn! Ja! Der Fahrzeug ist von der anderen Seite! Soll ich das machen? Ja! 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 Ja, die Laster wird gleich verrecken! Ja! Ja, was? Ja! 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 schon. Der Kopf des Zuges ist direkt vor uns. Den Stoß dann gegen eine Bombe tauschen, sich einen Zug besorgen. Das hat der Safi monatelang geplant. Umso schöner, wenn wir ihm jetzt alles verderben. Ja, aber, Mami. Und der Safi wird wahrscheinlich auch noch der Endpost sein. Ich glaube, wir sind fast da. Rührt sich nicht. Ich helfe dir. Das ist echt schwer. Los, ich halte sie. Okay, jetzt du. Danke. In echt ist sie ja viel größer. Bisher auch zum militärischen Einsatz. Hier, hilf mir. Sie ist zu schwer. Die ist wahrscheinlich auch noch festgemacht. Also sie entschärfen? Wenn ich es versuche, wird sie hochgehen. Okay, dann Plan B. Nehmen wir uns die Lok vor. Kannst du? Okay, geh durch. Das ist definitiv die Lok. Hier können wir vorbei. Na los! Rüber. Rüber. Aha. Nein. Nein, nein, nein! Das ist los! Sie haben zugeschweißt. Shit! Hey! Wie ist das, Duke? Na dann, auf da. Ich glaube, irgendwie... Ja, oder so rum. Das war nicht beabsichtigt, aber ja. Ich denke nicht nach, was du trufst, sondern du tust einfach. Ja. Komm schon! Nein, nein, nein! Schaffst du es? Auch zugeschweißt. Es muss noch einen anderen Weg geben. Wenn du eine Idee hast, ich bin ganz ohr. Ein Stellwerk! Was? Ein weichen Stellwerk. Wenn wir da hinkommen, können wir den Zug umleiten und uns Zeit verschaffen. Okay, gut. Scheiße! Oder auch nicht. Du kommst nicht hier weg! Wir brauchen den Wagen! Oh, scheiße! Oh, je! Der Flug nun mal! Ihr Jungs, du sollst euch einfach nie in Ruhe lassen! Tschüss. Ich hab nicht viel Zeit. Was zum Teufel! Sam! Hey, Sam! Oh, scheiße! Sam! Was geht? Wir müssen den Zug aufs andere Gleis wechseln! Wir müssen! Jawoll! Das klappt nicht, aber... Okay. Ich glaube, wir haben uns verfahren. So. Das erleben wir all diesen Slam mit daher. Ja. Sam! 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 Ähm, wo ist Negin? Noch auf dem Zug. Wir müssen die Weiche stellen. Keine Zeit dafür! Mach doch mal! Wie? Ich muss zu ihr. Warte! Muss das sein? Ich mein, sie ist ein großes Mädchen. Sam. Okay, ich wollte... Shit! Shit! Verdammt! Los! Ich richte die Schacht! Hey! Shit! Okay! Auf geht's! Ich hab ein bisschen Gas können, wenn ich ein bisschen rankomme. Okay, da ist der Zug. Aber wie zur Hülle komm ich rauf? Ich seh keine Brücken. Da freut sie. Ah, scheiße! Brücke! Brücke! Mehr Glück als Verstand. Oh mein Gott, die Brücke! Shit! Shit! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wo warst du so lange? Aus deinem Zug kriegen, Süße. Tja, ich habe mich immer für einen geduldigen Mann gehalten. Aber ihr beide seid schon besonderer Abschau. Charmant. Das werde ich richtig genießen. Na los, zeig dir, was ihr könnt. Verdammt. Gib schon auf, wenn es mich nie verlassen soll. Schnapp ihn dir! Halt die Klappe! Ihr riskiert euer Leben? Und wofür? Eine Stadt voller Bauern. Mann, du bist unerträglich. Das Blut der alten Könige fließt durch meine Adern. Mein Volk wird sich wieder erheben. Netter Versuch! Wo hätte es nicht herkommen sollen? Was habe ich nur an dir gefunden? Entgänglich! Das habe ich nur an dir gefunden. Das ist mir echt egal. Das ist mein Land. Was gibt es hier für euch überhaupt zu holen? Oh, die Frage ist, was du zu verlieren hast. Die Bombe? Ich kaufe mir eine neue. Ich brenne deine Stadt nieder, Diebin. Die Leute werden mich aufreden, die Zolle. So, wir müssen... Ich bin jetzt mal kratschen. Hängen wir es zu Ende. Nicht kämpfen. Man sollte wissen, wann man besiegt ist. Das ist dein Ende. Ich bin jetzt mal kratschen. Oh, shit. Du, jetzt, ich bin jetzt mit der Zolle. Ich komme! Oh, runter! Fuck it! Jetzt mit der Zolle. Lecker, schneller! Runter! Runter, runter! Auf geht's! Oh nein! Nein, 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 nein! Oh! Ich kenne dich. Du bist keine Heldin. Ein Krieg wird die Regierung stürzen. Die Schafe brauchen dann einen Hirten. Und du? Lieber sterbe ich tausendmal, bevor ihr gewinnt. Ah, shit! Ein letzter Hinweis! Die Brücke! Platte halten und kämpfen! Bring mich zu Ende! Du bist ein Stürk! Du hast alles verdorben! Einfach alles! Ich befürchte gerade, dass die Bombenbein aktiviert wurde. Warum bist du nicht gestorben? Wir sind hier fertig. Ihr glaubt, ihr habt gewonnen? Wir werden sich erheben. Jeder junge König hat auch ihr nicht erreicht. Wie du schon sagtest. Fortschritt! Belangt offenbar nicht, ah? Fraser! Wir müssen hier weg! Ach, für ein mieser Stück Scheiße! No! Was ist das? No! Los! 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 Oh, ja. Feuerwerk. Komm, gleich hast du's. Oh Gott, danke. Wie zum Teufel seid ihr da rausgekommen? Tja. Tja, das hab ich selbst noch nicht ganz kapiert. Und, Asaph? Der war noch im Zug. Tja, er hätte keinen netteren treffen können. Seht euch das mal an. Wow. Wir haben's geschafft. Schau mal. Wie war? Und? Wie geht's weiter? Mit Nadine Ross. Holst du dir Schorlein zurück? Eroberst den Waffenhandel? Ich bin fertig mit Schorlein. Echt jetzt? Echt jetzt. Denn überhaupt wollte ich vielleicht mit dieser Schatzjägergeschichte weitermachen. Ihr kennt keine sturen Egoisten, die vielleicht einen Partner brauchen. nicht du. Ah. Sorry, ich arbeite nur mit Profis. Klar. Wo ist der Schuss, San? Habt ihr? Oh mein Gott. Was, Sir? Ich verarsche euch nur. Bitteschön. Dein Gesicht. Au, okay. Oh man. Das war meine letzte Fluppe. Mann ist der schön. Ja. Wie viel... Wie viel meint ihr, kriegen wir für das Schätzchen? Tja... Bestimmt zahlt uns das Kultusministerium einen... großzügigen... Kinderlohn. Stimmt's? Partner? Ego. Hm. Ihr seid echt zum Schießen. Das Kultusministerium. Oh mein Gott. Ihr meint das ernst? Jo. Und das, liebe Leute, war die Uncharted-Reihe. Komplett in einem Rutsch. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Verfolgen. Ich lasse jetzt doch quasi meinetwegen an die Quelle zu laufen. Bis zum nächsten Mal. Und dann haben wir's... Geschafft. Rila, danke fürs Zusehen. Dafür, dass noch nichts Neues kommt. Bis zum nächsten Mal. Und dann muss ich mir überlegen, was wir machen. Ich hab's. Privat-Sammler. Hä? Hört mir mal kurz zu. Ich... Ich verstehe echt, dass die ganze Sache auch eine moralische Frage ist. Wirklich. Ich bin da ganz eurer Meinung. Aber können wir nicht... Verdirbt den Moment nicht. Der Moment nicht... pummelreich bei Cisgeht. Vielen Dank.